Ja, herzlich willkommen zum Gildengeheiß und zwar einer für alle und alle für einen. Wir prügeln hier ein paar Ätze um, also alles zusammenziehen, umnörgeln und dann hat sich die Sache schon fast erledigt. So, ja, wie gesagt, das ist ein normaler Inhalt, halt einfach, da droppen jetzt gleich noch ein paar Ätze, das sehen wir jetzt gleich, da sehen wir gleich so Lila Markierung hier, du spürst eine Präsenz, wenn du da kurz reingehst, droppen sie, dauert halt einen Moment. Da sind sie und dann geht der ganze Spaß auf und weiter, einfach AOE-Damage rein spammen, wenn sie vorhanden, leider habe ich keinen. Aber unser Beschwören hat auch keinen. Was ich gerade mache, ich habe keine Ahnung. Damit ist der Inhalt abgeschlossen. Ja. opes-Gerricks-Gerricks-Tipps。 Wie gesagt, Ricks-Tipps-Tipps-Gerricks-Tipps-Gerricks-Tipps-Gerricks-Tipps. Ja. Vielen Dank.